so und herzlich willkommen zurück bei test der apps mit fallout shelter ja es ist schon eine tage her dass wir zuletzt mal bei fallout shelter waren und jetzt geht es natürlich fleißig weiter ich habe jetzt noch eine mission abgeschlossen meine beiden typisch sind gerade wiederkommen ich hatte gerade noch einen wader angriff zwischendurch noch wir haben wieder eine mission erfüllt eine kleine box der die schon lange nicht mehr was ich noch bekommen habe ist hier oben ist der handy ist der handy ist glaube ich ja nicht mehr viel leben also der überlebt hier schon sehr lange kann ich auch zurück schicken sehr sehr selten über den cash shop holen ich glaube schon ja da kann man da kann ich sogar holen hier kommen aber auch super selten im ödland für den mannen oder per karten kann man auch bekommen ich habe halt über südland gefunden wie auch die herren hier zum beispiel eine doppelschlotter flinte schrotflinte für 100 kronen kommen das ist natürlich einiges und das ist zehn kronen gucken wird aber die andere bringt uns natürlich ein bisschen mehr ich sortiere mal eben aus was haben wir denn hier vorne Luftgewehr und da haben wir hier immer viel zu viel von ich glaube die brauche ich auch nicht weil das hier ist das ist Lager das ist Lack gewesen denn das ist Lager 2 bis 4 3 bis 5 die können verkaufen meist geht es um die gewehre wie luftgewehre dass die einfach direkt weg kommen weil die mühlen einige das Lager zu die waren jetzt circa unterwegs weg waren jetzt circa 24 stunden beide zusammen weg brauchen natürlich zwölf stunden rückweg noch bis sie dann wieder äh da sind schicke ich dir erstmal in den training raum wenn ne warte aber die tu ich bleib mal bei dich hier die tu ich immer gerne hier so im vorderbereich weil einem klick nicht arbeiten kann jetzt geh ich mal gucken ähm genau du brauchst jetzt erstmal Klammern wo schicke ich dich denn hin du hast P ja komm gepanzerte Kleidung gleich eine direkte ja nochmal so wie hast du 11 bis 13 9 bis 13 das ist ein bisschen weniger das ist natürlich blöd ja gut dann gehen wir hier wieder ich fange mal von oben bis unten hin gehen die Räume durch 7 bis 8 9 bis 13 das geht dann immer so weiter bis ich dann alles habe 6 bis 7 7 7 bis 8 7 7 7 7 7 8 hier haben wir nichts besseres hier haben wir 9 9 oder 8 schauen da brauche ich auch nicht mehr nachgucken die haben auch noch ein Schott finde meistens so Gewehre die ich austauschen muss ähm ja das kann nicht bleiben wobei ich glaube ich sage dass hier wenn hier einer ein Gewehr hat wobei ich glaube ich sage dass hier wenn hier einer ein Gewehr hat die Peter gibt oh ne 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 keine Laserwaffe wohl Laserwaffe mit 7 ist ok hinten ist keiner im Raum drinne hier die kann man auch tauschen auch eine Schrift hinter rein Klamotten Klamotten irgendwas mit P wäre gut P1 ne Kommunikation unten der ist neu glaube ich ne Kommunikation ja schicken wir rein C kriege ich gleich eine etwas bessere Waffe 6 bis 8 da gehen wir mal alle durch hier der hat auch noch 6 bis 8 das ist auch noch gut 7 rustige Laserwaffe ok müssen wir mal gucken S das ist auch S das darf das ist glaube ich kein S ne das ist Kampfsrüstung Militärklamotten haben wir hier S2 E1 hab ich noch äh S3 Militärklamotten die sind meist besser für alles S2 S2 S3 S2 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 ne hab ich nochmal C weil das auch schon eine Schlafklamotten hat C2 ne da reicht mir auch wenn ich hier C3 nehme auch einen Schlafanzug ich sag mal ich sag mal sich jetzt ein bisschen an schon wieder Waderangriff mit Waffen einmal Pistole boah zwei Pistolen aber ich hab die Frontliner hier vorne eben nochmal heilen äh nimmst der Handy weg jetzt seht ihr wieder Waderangriff bin ich jetzt gar nicht von geil von dass der zweite Nannander ist also mein mein S geht langsam runter durch weil ich den hier oben hab ich muss langsam finden dass ich den hier wegkriege 4000 ich kann auch nicht so schlafen gerade weil da halt die Waders da sind aber ich sehe relativ viel hier vorne direkt schon auf dem Mützer er ist ja schon down ok er ist jetzt da ich hab das gewonnen das hab ich auch gewonnen jetzt hab ich keine Ahnung wie das Ding ist wenn die beiden hier sind dann ist es relativ schnell da dass die dass komplett der Wade weg ist dass sie nicht mehr hier vorne reinkommen sondern einmal komplett hier vorne schon getötet werden spätestens gehen sie hier rein und dann sind sie sowieso tot also weiter kommt keiner mehr ich muss mir Essen auffüllen da ist es auch können wir Essen noch mal pushen nein können wir nicht ah Dorf, Herr Bewohner ist ein bisschen blöd zu pushen ich bräuchte eigentlich noch mehr ins Essen rein ne ich glaub das mach ich auch nochmal ich glaub ich mach ne Doppelkantine weil das relativ knapp immer ist und das auch oft angegriffen wird durch hier oben diese Aktion die beiden können ich eigentlich mal hier unten ein Schick ne das ist ein Kerl ne das ist ein Kerl dann tausche ich mal hier oben die gegen ihn aus davon hab ich noch mehr auf Lager jetzt geh ich mal noch kurz ins Lager äh Verkaufen 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 ich behalte es noch so die Kante die verkauft werden greif's alles ab 6 behalte ich noch ja ok das ist ok die ist hier 4 bis 5 4 bis 6 die kann auch weg ja 4 bis 6 ja ok die bleibt weil die noch ein sechster Schaden ausrücken kann da haben wir schon wieder was hin Leben und ähm schau mal was in der Kiste ist und ich werde Test-Apps jetzt relativ knapp halten noch gleich anzu zweimal in der Woche wie es jetzt so schon an und dann schauen wir mal Nahrung 50 das ist grad super das sieht echt gut aus rausiges Handgewehr ok eine 5er von 5 vor dann komm ich super mit gut hin 2 bis 6 Panzer brechen 10mm Pistole ok 2 bis 6 ist natürlich ich jetzt nicht in meinem Sinne ich kann zum Beispiel das hier auch nicht mehr erhöhen ist halt maximal Wall-Tür ist maximal ähm ich kann jetzt wissen sie haupt Produzenten jetzt hier noch erhöhen aber ich glaub die hab ich alle die ganzen Wochen hart erhöht dass ich so langsam weiter ausbauen kann das sind Teils für die Sachen die mich sehr konzentrieren die produzieren viel viel in Übermaß da habt ihr gesehen das Lager ist voll davon wo ich dann sagen kann dass ich schon wieder ein nächstes Lager anfange ich wollte eigentlich noch die updaten aber die reichen mir momentan das jetzt 1-1 ist ist ein bisschen blöd das hab ich nur gemacht ähm ich den später wieder Preis in 1 darunter sitzen werde aber ich brauch den ich brauch nicht so oft das weil die sehr sehr hochgepumpt sind wenn man sehen kann 14 Minuten kommen wieder die nächsten 6 hier ist es in 6 Minuten wieder ready äh lasst man gemeinsam in der Barke tanzen oh wir haben ein neues Ziel Babys es gibt 200 Kronkorken ok ok das müssen wir auch noch erhöhen 50 Kronkorken das kann man wegschmeißen das bringt uns nicht viel sammeln 4 Outfits ok das schaffe ich dann wenn ich mal wieder über Nacht bin das heißt im Endeffekt würde ich jetzt nochmal ne ja eine Handelbank ne das ist auch ein bisschen blöd ne die Frage mache ich was macht man hier hinter eigentlich noch Fahrstühle baut man jetzt hier unten weiter ich habe ja noch Radiostation Sportraum habe ich Waffenlager habe ich äh habe ich habe ich eine Lounge Charisma ich glaube hier erhöhen da erhöhen durchs Lager oder hier oben ich glaube wir machen das mal da so als Abklingphase erhöhen wir das gleich nochmal 4.500 da seht ihr gleich da was der ist gar nicht neu gekommen das heißt wir werden ihn ins C schicken wir werden ihm ein bisschen Quatsch lassen die meisten sind ja die meisten sind ja so durch erhöht da habe ich die Bar rein da ist einer da ist einer ähm hat die sich gerade ausgezogen was hat die an ok wir gehen mal einen Raum weiter das sind Schlafklamotten bei Frauen ok ich sage jetzt nichts dazu alles klar gut wir räumen wir noch ein bisschen auf oh da bekommt das nächste Kind ich glaube dann habe ich auch heute das Ziel erreicht ja 8 von 10 jetzt werde ich noch ein paar Fahrstelle bauen die ich hier vorne hatte auf Zug da wieder einen hin ich wollte eigentlich mal hier eine hinten rein bauen lassen wir mal hier unten werde ich mal wir müssen ja gucken auch dass wir viele Leute kriegen und das nächste wäre die Spielhalle Atomreaktor das wäre jetzt was kommend ist weil ich habe Maximalzustand kann ich bis 60 für vorne rein nehmen das ist zu viel Feuer 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 der darf jetzt hier oben oben wobei ich viel mehr Leben brauche ja das schaffen die beiden locker hier haben wir auch nichts mehr ja gut ich werde jetzt wieder die Herrschaften schicke ich beide los ich schicke ich habe sie immer abwechselnd abgeschickt ich habe sie in den ersten 12 Stunden schicken lassen bin dann mit dem zweiten ähm losgefahren und habe dann ähm relativ schnell nachgeguckt wann kann ich wieder den nächsten nachschicken das war meist immer so dass ich abends hier los schicke bis morgens früh den ersten holen und den nächsten sofort wieder los schicke damit ich genug in Reserve habe weil einer hier ist immer gut und ich werde glaube ich ihn als erstes los schicken dann wir nehmen wieder haben wir 20 mit das reicht willkommen da kommen wir lange mit aus und hier nehmen wir 12 mit dann geh mal Kunden fang du an und ich würde sagen wenn das euch gefallen hat lass wieder eine Bewertung da und habt ihr irgendwelche Apps Vorschläge könnt ihr mir gerne Apps vorschlagen die ich gerne zocken möchte ich werde auf jeden Fall nächsten woche ich werde auf jeden Fall noch was anderes kommen Mittwoch oder nochmal Sachen ich suche mir wieder eine App raus für ein bisschen Langzeit und ein bisschen Spielspaß was von meiner Seite halt ein gutes Spiel ist und ich sage okay das spiele ich gerne das habe ich auch schon mal gespielt und wir sagen sie uns beim nächsten Mal euer Flash bis dahin und tschüss